Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem weiteren XRP-Update-Video. Ja, es hat sich wenig getan, beziehungsweise eher ins Bearische gewandelt bei XRP. Wir haben keine neuen Impulse bekommen, es gab keine neuen oder signifikanten News. Trotzdem werden wir auf eine News nochmal ganz kurz drauf eingehen und natürlich hauptsächlich auf den Chart. Wie gehen wir weiter vor? Werden wir weitere Kaufmöglichkeiten sehen? Zumindest ich, die ich gepostet habe, werde ja auch nochmal drauf eingehen. Und ansonsten ziehen wir das sicher unnötig in die Länge, bevor wir starten. Wie immer gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale etc. Auch zu XRP kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gibt es die BingX-Aktion. Wenn ihr bei BingX 100 USDT einzahlt, also als Neukunde, kriegt ihr 50 USDT als Free Trades. Also einmal in 20 und einmal in 30 USDT for free. Und ja, damit könnt ihr die Börse austesten. Einfach gucken, passt es euch. Ansonsten, ja, checkt es gerne ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. So, und damit gehen wir direkt rein in die Analyse. Momentan traden wir bei 0,71 USDT. Wir sind in der Spitze auch mal kurzzeitig auf 0,67 USDT runtergefallen. Alles nicht wirklich dramatisch. Das war in unserer Analyse, die wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, dass wir hier oben, nochmal ganz kurz das FIP-Level dazuziehen, am Golden Pocket rejected worden sind. Daraufhin ging es deutlich, deutlich nach unten. Ist normal nach so einer Gegenreaktion. Und wir haben auch ein tieferes Tief gebildet. Das heißt, dieses Tief hier drüben, wo wir auf dem 4-Stunden-Chart gebildet haben, das ist dieser Bereich, ziehe ich mal ganz kurz in die Linie, wurde auch unterschritten, jetzt wieder so ein bisschen zurückerobert. Aber wir sind weiterhin in einem Downtrend, denn wir haben kein höheres Hoch mehr gebildet. Das heißt, XRP momentan ein bisschen unter Druck. Keine wirklichen signifikanten News, bis auf die eine hier. Ja, machen wir zustimmen. Ripple-Chef-Jurist gibt sich siegessicher gegenüber der SEC. Es ist ja immer noch nicht so klar, geht die SEC in Berufung oder Sonstiges. Meiner Meinung nach werden sie es zumindest versuchen, das in Berufung zu gehen, weil Gensler sich gestern auch wieder ein bisschen, ja, ein bisschen assi darüber geäußert hat, dass Kryptbewährung ja alles nicht so geil ist und was weiß ich was. Und also für mich ist das ganze Ding noch nicht entschieden und deswegen sollte man auch immer noch ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Moon-Prognosen bis 5 Dollar oder Sonstiges. Also momentan ist da noch nichts safe. Ich habe aber dazu gesagt, wir haben mittlerweile Kaufzonen und die habe ich auch hier in der Gruppe angepinnt. Ist schon ein bisschen länger her, jetzt schon, wann waren das? Ich glaube, 2, 3 Wochen oder sowas. Das bei, wo haben wir denn die erste? Bei 0,72 war die erste Kauforder. Die wurde mittlerweile ja dann auch relativ zeitnah dann erwischt. Das heißt, der erste Kauf wurde dann wieder getätigt. Der zweite liegt bei 0,65 direkt hier am Golden Pocket. Und das haben wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, dass eben diese Zone hier, das Golden Pocket, die 0,65 meiner Meinung nach auf jeden Fall angelaufen werden sollte. So ein 65-prozentiger Dump, sage ich mal, von diesem ganzen Pump sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach möglich sein. Ist aber dann immer noch nicht so wirklich der Boden, weil ich finde, wir müssten mindestens hier Richtung 0,57 US-Dollar sein, einfach um die Range, die wir hier vorher hatten. Also diese mega alte Range, die wir über Jahre gebildet haben, kann man Jahre sagen, ein Jahr gebildet haben, einfach nochmal zu retesten und von hier aus, sage ich mal, dann wirklich einen Bullrun zu starten. Würde vielleicht auch dann zu den News und sowas passen. Vielleicht geht die SEC in Berufung und verursacht dann eben diesen Dump, den wir hier unten sehen oder der auf jeden Fall im Bereich des Möglichen ist. Aber vorher werde ich erstmal keine Nachkäufe tätigen. Das heißt, hier unten ist Golden Pocket. Das ist die erste Nachkaufzone. Der zweite liegt dann hier unten bei 0,58, müsste es sein. Was habe ich reingepostet? Ja, 0,57. Das werden wir vielleicht nochmal anpassen auf 0,58. So kurz vor dem 0,786 einfach, weil es muss nicht sein, dass er genau dieses Level anläuft. Deswegen werden wir hier wahrscheinlich nochmal einen Cent höher gehen. Aber das sind momentan einfach diese zwei Nachkaufzonen. Technisch gesehen, machen wir jetzt mal ganz kurz die Linien weg, haben wir jetzt ja oft genug angeguckt, befinden wir uns derzeit klar übergeordnet in einem Abtrend. In eben den kleineren Timemaps, habe ich ja eben gerade gezeigt, in einem Downtrend, weil wir ein tieferes Tief gebildet haben. Also wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, erst wenn wir wirklich über die Marke hier oben drüber kommen, über die 0,74 nachhaltig und auch hier ein Close drüber sehen. Über dieser Marke können wir wieder versuchen, zumindest mal hier das Top anzulaufen, die 0,85 US-Dollar Cent. Oder auch hier lohnt sich der Blick auf das Golden Pocket zu schielen, zumindest mal diesen Bereich hier um die 0,79 US-Dollar Cent. Werden wir auch hier wieder rejected, sieht das Ganze bearish aus und wir werden auf jeden Fall in Richtung 0,65, 0,63 oder sogar tiefer gehen. Also für mich ist weiterhin klar, XRP wird nochmal tiefer gehen, meiner Meinung nach mindestens ein Golden Pocket, bestenfalls ins 0,786er, einfach um einerseits Nachkäufe zu tätigen, andererseits um diesen riesigen Pump hier einfach wieder aufzufüllen. Wir kennen es von Doge, wir kennen es von anderen Pump-and-Dump-Coins, natürlich ist XRP kein Pump-and-Dump-Coin, muss man natürlich auch fairerweise echt so sagen, aber solche Pumps mit so viel Liquidität werden meistens früher oder später einfach wieder aufgefüllt. Und dann mindestens eben zu 75 oder 61 Prozent und deswegen auch das Golden Pocket hier mit dem 0,618er beziehungsweise 0,65er FIP-Level, das ist das Mindestziel, das sollten wir erreichen. Und wer die Bitcoin-Analysen kennt, weiß, ich gehe momentan eher davon aus, dass wir die 27.500 nochmal sehen bei Bitcoin, dann würde das hier mindestens eintreffen, wenn nicht sogar bestenfalls eben hier unten die Marke von 0,56 bis 0,57 US-Dollar sendet. Also das ist jetzt erstmal so der grobe Fahrplan, momentan Trade-Möglichkeiten sehe ich hier keine, wir müssen abwarten, wie wir uns entweder hier oben reagieren bei den 0,79 beziehungsweise 0,78, das ist möglicherweise für einen Short-Trade oder eben der Long-Trade, dann hier unten im Golden Pocket wäre dann eine Möglichkeit, um möglicherweise die Gegenbewegung mitzunehmen und hier natürlich auch einen Kaufbereich, den wir mitnehmen könnten. Das ist jetzt erstmal so die Kurzanalyse, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht und ob die SEC vielleicht doch noch in Berufung reingeht. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, das war es von mir, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.